Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, uralte Waffen anzunehmen bei Hochkommandant Kamses in Rhythm an dieser Position. Forkwest war, Flugscharren zu Schwertern und wir dürfen in diese Richtung. Wir brauchen uralte Waffen der Torvir. Mal schauen, wie wir an die kommen. So, wir müssen zu dieser Stelle und schaut mal, hier ist uralte Torvir Waffen. Es ist so ein Lager, so eine Lieferung. Und wir haben auch ein Quest-Item mitbekommen. Er ruft Arbeiter von Wankahem herbei, um euch dabei zu helfen, die uralten Waffen der Torvir wieder zu beschaffen. Ok, ich greif mal an. Benutze dieses Quest-Item. Kann man übrigens auch aus dem Inventar benutzen, total egal. Ja, jetzt sind ein paar Arbeiter vorbeigelaufen. Ok, jetzt kommen sie zurück und helfen. Sehr gut. So, hier sind diese uralten Waffen. Hier war auch die Map. Einfach benutzen. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Jetzt geht's in diese Richtung. Best ist abzugeben bei Hochkommandant Kamses in Uldum, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020